Zum Thema analytische Raumgeometrie. Wir starten auch hier mit einer Einleitungsaufgabe. Hier ist ein Haus gezeichnet und mit sämtlichen Bemaßungen versehen. Dreifache Aufgabe. Erstens berechne die Amplitude des Winkels, den die zwei Dachflächen DAF und EBF bilden. Wir suchen also hier die Öffnung von diesem Winkel. Zweite Aufgabe. Berechne die genaue Position dieses Punktes P auf der Kante AF, wenn dieser Punkt P sich auch auf der Geraden BC befinden muss. Und drittens berechne den Abstand zwischen diesem Punkt D und dem Schnitt GF dieser zwei Dachflächen DAF und EBF. Wir werden die analytische Raumgeometrie jetzt gründlich durchnehmen, um solche Aufgaben lösen zu können. Beginnen wir sofort mit der Ebene im 3D-Raum. Eine Ebene Alpha wird im 3D-Raum angegeben, entweder durch drei nicht-kolineare Punkte ABC oder durch einen Punkt und zwei nicht-kolineare Vektoren U und V. Das kommt eigentlich auf selber hinaus, denn wenn die Ebene angegeben wird durch drei nicht-kolineare Punkte, dann haben wir automatisch auch einen Punkt und zwei nicht-kolineare Vektoren AB und AC. Also können wir hier starten mit der Idee, die Ebene Alpha wird angegeben durch einen Punkt und zwei nicht-kolineare Vektoren. Diese zwei Vektoren nennt man dann Richtungsvektoren dieser Ebene Alpha. In Deutschland nennt man sie auch Spannvektoren dieser Ebene Alpha und man sagt, sie spannen diese Ebene Alpha auf. Ähnlich wie zwei Zeltstangen eine Zeltplane aufspannen. Was wir hier machen möchten, ist einen beliebigen Punkt P dieser Ebene Alpha irgendwie beschreiben. Das kann man zum Beispiel durch diesen Vektor AP. Denn ein Punkt P gehört zu dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn dieser Vektor AP eine Linearkombination dieser zwei Richtungsvektoren U und V ist. Das heißt, ein Punkt P gehört zur Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn es zwei reelle Zahlen gibt, nennen wir sie Lambda und µ so, dass der Vektor AP Lambda mal Richtungsvektor U plus µ mal Richtungsvektor V ist. Ich schalte hier mal die zwei Zahlen Lambda und µ ein. Sie sind hier per Schieberregler dargestellt und ich werde jetzt Lambda und µ so einstellen, dass dieser Punkt genau auf P trifft. Versuchen wir das. Lambda ist ein wenig zu vergrößern. Ich würde sagen ungefähr so. Und µ muss auch etwas vergrößert werden. So. Ja, so noch ein ganz bisschen. So. Und wir sehen hier schön, dieser Vektor AP kann effektiv als Linearkombination von U und V geschrieben werden. Denn dieser Vektor AP, das ist Lambda mal Vektor U plus µ mal Vektor V. Und das kann man machen für egal welchen Punkt P in dieser Ebene Alpha. Jetzt schalten wir im 3D-Raum die Achsen ein, versehen sie auch mit Beschriftungen und nennen den Ursprung O. Nehmen wir an, der Punkt A wird angegeben durch seine Koordinate sowie auch diese zwei Richtungsvektoren U und V. In unserem Bezugssystem hat der Punkt A als Koordinate A1, A2, A3. Der Vektor U hat diese Koordinate und der Vektor V hat diese Koordinate. Wir werden sofort sehen, dass es Sinn macht, die Koordinaten senkrecht zu schreiben. Wir starten von dieser Gleichung, die anhand von Vektoren einen beliebigen Punkt P der Ebene beschreibt. Deshalb nennt man diese Gleichung eine vektorielle Gleichung der Ebene Alpha. Starten wir von dieser vektoriellen Gleichung und wir möchten irgendwie übergehen zu den Koordinaten. Das können wir unter der Bedingung, dass alle Vektoren Ortsvektoren sind. U und V, das sind Ortsvektoren, sie werden ja angegeben durch ihre Koordinaten. Der Vektor AP aber nicht. Dann zerlegen wir den eben durch die Formel von Schal in eine Differenz von Ortsvektoren. AP ist ja OP minus OA. Dieser Punkt O, das ist der Ursprung vom Bezugssystem. Also haben wir jetzt eine vektorielle Gleichung der Ebene Alpha, die nur noch Ortsvektoren enthält. Somit dürfen wir diese Gleichung also umschreiben mit Koordinate. Wir schreiben zuerst die Koordinate vom Vektor OP. Das ist die Koordinate vom Punkt P. Und da P ein beliebiger Punkt dieser Ebene Alpha ist, nennen wir seine Koordinate allgemein XYZ. Dann kommt das Minuszeichen. Wir schreiben in allen drei Gleichungen ein Minus. Jetzt kommt die Koordinate von OA, das heißt die Koordinate von A. Das ist A1, A2, A3. Und wir sehen hier, dass es wirklich Sinn macht, die Koordinaten senkrecht zu schreiben. Jetzt kommt gleich Lambda mal in allen drei Gleichungen. So. Dann folgt Koordinate vom Vektor U, das heißt diese Spalte, steht da, plus µ mal, plus µ mal, Koordinate von V, diese Spalte. So erhalten wir drei Gleichungen, die die Koordinate XYZ eines beliebigen Punktes P dieser Ebene Alpha anhand von zwei Parametern Lambda und µ beschreiben. Jetzt müssten wir hier noch Lambda und µ irgendwie eliminieren, um eine kartesische Gleichung von Alpha zu erhalten. Ja, aber da eine Determinante gleich Null ist, dann und genau dann, wenn es eine Linearkombination zwischen den parallelen Reihen gibt, kann man hier Lambda und µ sehr schnell eliminieren durch diese Determinante, denn hier steht durch diese parametrischen Gleichungen, dass diese Spalte dasselbe ist wie Lambda mal diese Spalte plus µ mal diese Spalte. Diese parametrischen Gleichungen drücken also aus, dass es eine Linearkombination zwischen dieser, dieser und dieser Spalte gibt und das bedeutet, dass diese Determinante gebildet durch diese drei selben Spalten gleich Null sein muss. Und somit haben wir auf einen Schlag beide Parameter Lambda und µ eliminiert und deshalb ist das hier die kartesische Gleichung der Ebene Alpha. Zur Analyse dieser kartesischen Gleichung rechnen wir diese Determinante aus, zum Beispiel mit der Regel von Sarus. Das funktioniert wie folgt, wir rechnen die Zahl mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal x hoch 1 minus eine Zahl, dann plus die Zahl mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal z hoch 1 minus eine Zahl. Jetzt kommen noch die drei Produkte mit einem Minus versehen, also minus die Zahl mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal z hoch 1 minus eine Zahl. Und dann noch minus die mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal z hoch 1 minus eine Zahl. Und letztendlich noch die Zahl mal die mal die, das ergibt eine Zahl mal x hoch 1 minus eine Zahl. Insgesamt erhalten wir also als kachtesische Gleichung von Alpha eine Zahl mal x hoch 1 plus eine Zahl mal y hoch 1 plus eine Zahl mal z hoch 1 plus eine konstante Zahl gleich 0. Das heißt, die kachtesische Gleichung der Ebene Alpha kann immer in diese Form geschrieben werden, Zahl mal x hoch 1 plus Zahl mal y hoch 1 plus Zahl mal z hoch 1 plus Zahl gleich 0. Übrigens, wenn man das Ganze in ein orthonormiertes Bezugssystem versetzt, dann kann man die kachtesische Gleichung der Ebene sehr schnell finden, denn u-vektoriell v, das Vektorprodukt von u und v, das ist ein Vektor, der orthogonal zu u und orthogonal zu v ist. Ich drehe das Ganze mal ein bisschen so, damit man das besser sieht. Das Vektorprodukt u-vektoriell v ist orthogonal zum Vektor u und auch orthogonal zum Vektor v. Also ist dieses Vektorprodukt orthogonal zu jedem beliebigen Vektor ap dieser Ebene Alpha. Und somit ist u-vektoriell v also normal zu dieser Ebene Alpha. Wenn man dann von diesem Vektor u-vektoriell v und von diesem Vektor ap das Skalarprodukt rechnet, dann muss dieses 0 ergeben. Denn dieser Punkt p liegt ja in der Ebene Alpha, so wie der Punkt a auch. Also können wir hier sagen, ein Punkt p gehört zu dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn das Skalarprodukt von ap mit u-vektoriell v 0 ergibt. Dieses gemischte Produkt nennt man das Spatprodukt dieser drei Vektoren. Und wir haben in einem früheren Tutorial bewiesen, dass man dieses Spatprodukt ausdrücken kann, durch diese Determinante, deren Spalten genau die Koordinaten von diesen drei Vektoren sind. Die Koordinate von ap, das ist die Koordinate von op-oa, also x, y, z, minus a1, a2, a3. Die Koordinate von u bildet die zweite Spalte und die von v die dritte Spalte. Es war also durch das Spatprodukt evident, dass wir diese kartesische Gleichung fanden. Ich setze das Ganze noch ein bisschen zurück, damit man das schöner sehen kann. Kommen wir jetzt zu einem konkreten Beispiel zu diesen drei Gleichungsarten für eine Ebene. Der Raum ist mit einem Bezugssystem OIJK versehen und die Aufgabe lautet, bestimme eine vektorielle Gleichung, parametrische Gleichungen und die kartesische Gleichung der Ebene Alpha, die diesen Punkt A enthält und die diese beiden Vektoren U und V als Richtungsvektoren hat. Dann starten wir sofort mit einer vektoriellen Gleichung. Ein Punkt P gehört zu dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn der Vektor AP Linearkombination von U und V ist. Wir möchten jetzt übergehen zu den Koordinaten, also brauchen wir hier Ortsektoren. U und V, das sind Ortsektoren, sie werden ja durch ihre Koordinaten angegeben. AP aber nicht. Dann zerlegen wir eben AP in die Differenz OP minus OA, Differenz von zwei Ortsvektoren. Jetzt haben wir eine vektorielle Gleichung der Ebene Alpha, die nur noch Ortsvektoren enthält. Dann dürfen wir diese Gleichung mit den Koordinaten umschreiben. Also schreiben wir die Koordinate von OP, das heißt die von P, allgemeiner Punkt der Ebene Alpha, deshalb allgemeine Koordinate X, Y und Z. Jetzt kommt das Minuszeichen in den drei Gleichungen. Dann kommt die Koordinate von OA, das heißt 0, 1, 2, aber senkrecht geschrieben. So, dann kommt gleich Lambda mal in allen drei Gleichungen. So, jetzt kommt die Koordinate von U, 1, 1, minus 2, vertikal geschrieben. Dann kommt Plus µ mal in allen drei Gleichungen. Und dann Koordinate von V, 2, 0, 1, vertikal geschrieben. So erstellt man puzzleartig parametrische Gleichungen dieser Ebene Alpha. Diese Gleichungen schreiben wir jetzt noch etwas einfacher und werden jetzt hier versuchen, algebraisch Lambda und µ zu eliminieren. Um hinterher gut nachvollziehen zu können, was man gerechnet hat, ist es am besten, wenn man diese Gleichungen nummeriert und zum Beispiel hier dann sagt, aus Gleichung 2 schließen wir, dass Lambda dasselbe sein muss wie Y minus 1. Da schreiben wir schon mal hin, die zweite Gleichung hat zur Folge, dass Lambda Y minus 1 ist. Und diese Gleichung hier nennen wir mal Gleichung 4. Denn wenn wir in Gleichung 1 diese Erkenntnis einsetzen, dass Lambda Y minus 1 ist, dann wird die Gleichung 1 zu X gleich Y minus 1 plus 2 mal µ. Und wenn wir diese Gleichung dann nach µ auflösen, finden wir, dass µ gleich ist zu diesem Bruch. Das nennen wir mal Gleichung 5. Jetzt brauchen wir nur noch Gleichung 3, 4 und 5 zu kombinieren, die 3 da. Das heißt, in Gleichung 3 ersetzen wir das Lambda durch Y minus 1 und das µ durch X minus Y plus 1 geteilt durch 2. Dann ergibt die Gleichung 3 das hier. Und das Ganze hier schreiben wir dann noch etwas einfacher, bis wir es in dieser Form erhalten haben. So finden wir also die kartesische Gleichung dieser angegebenen Ebene Alpha. Man hätte diese kartesische Gleichung auch viel schneller finden können, indem man die parametrischen Gleichungen so schaut. Das ist eine Spalte, das ist die zweite Spalte und das ist die dritte Spalte. Hier sehen wir deutlich, dass die erste Spalte Lambda mal die zweite plus µ mal die dritte ist. Somit entsteht also zwischen diesen drei Spalten eine Linearkombination. Und deshalb muss die Determinante gebildet durch diese drei Spalten 0 sein. Die rechnen wir dann zum Beispiel mit Savus aus und finden dann genau dieselbe kartesische Gleichung für Alpha. Kleiner Test, der Punkt A gehört zu dieser Ebene Alpha. Also muss seine Koordinate die kartesische Gleichung von Alpha erfüllen. Das heißt, wenn wir X durch 0, Y durch 1 und Z durch 2 ersetzen, dann muss das aufgehen. Testen wir 0, minus 5 mal 1, minus 2 mal 2, das macht 0, minus 5, minus 4, das macht insgesamt minus 9, plus 9 macht effektiv 0. Wenn diese Koordinate die gefundene kartesische Gleichung nicht erfüllt, dann steckt irgendwo ein Fehler. Unsere Berechnungen sind aber richtig, sodass wir sofort weitermachen können. Eine Ebene Alpha wird angegeben durch einen Punkt A und zwei Richtungsvektoren U und V. Wir beschreiben einen beliebigen Punkt P dieser Ebene Alpha anhand dieses Vektors AP. Dann schalten wir die Achsen ein, wir beschriften sie auch und nennen den Ursprung O und haben herausgefunden, dass die kartesische Gleichung dieser Ebene Alpha zu dieser determinanten gleichen Null führt und diese Determinante führt dann zu einer kartesischen Gleichung von dieser Art. Jetzt versetzen wir das Ganze in ein orthonormiertes Bezugssystem, hier gekennzeichnet durch diese drei Einheitspunkte und wir wissen, dass der Vektor U-Vektor V orthogonal zu U und orthogonal zu V ist, also ist dieser Vektor automatisch orthogonal zu allen Vektoren AP der Ebene Alpha, ganz egal wo dieser Punkt P sich in Alpha befindet. Das wissen wir schon. Es gibt aber ein anderes Mittel, anhand der kartesischen Gleichung von Alpha einen weiteren Normalvektoren zu bestimmen und zwar kann man das ganz einfach so machen. Man nimmt in der kartesischen Gleichung von Alpha die Vorzahl von X, die Vorzahl von Y und die Vorzahl von Z und bildet damit die Koordinate ABC. Der Vektor, der ABC als Koordinate hat, der ist automatisch orthogonal zu dieser Ebene Alpha. Man sagt auch, er sei normal zu dieser Ebene Alpha, denn dieser Vektor ist orthogonal zu allen Vektoren AP in Alpha, ganz egal wo sich dieser Punkt P in Alpha befindet. Das müssen wir natürlich beweisen. Das werden wir auch hier tun. Und zwar werden wir beweisen, für egal welchen Punkt P mit Koordinate X, Y, Z in dieser Ebene Alpha gilt, AP skalar dieser Vektor N gleich 0. Zuerst aber zwei kleine Bemerkungen. Die Ebene Alpha hat ja diese kartesische Gleichung. Das bedeutet, dass jeder Punkt, der in dieser Ebene Alpha liegt, diese Gleichung erfüllen muss. Der Punkt P liegt aber in Alpha. Seine Koordinate ist hier allgemein benannt mit X, Y, Z. Also muss die Koordinate von P die kartesische Gleichung von Alpha erfüllen. Der Punkt A liegt aber auch in Alpha. Also muss die Koordinate von A ebenfalls diese kartesische Gleichung erfüllen. Was also heißt, wenn wir in dieser Gleichung X durch die Abschisse A1 ersetzen, Y durch die Ordinate A2 und Z durch das Lot A3 ersetzen, dann muss die Gleichung aufgehen. Das heißt, diese Summe hier muss gleich 0 sein. Jetzt legen wir los zu dem Skalarprodukt. In einem orthonormierten Bezugssystem kann ein Skalarprodukt berechnet werden anhand der Koordinaten dieser Vektoren. Die Koordinate von N, die kennen wir. Das ist ABC. Die Koordinate von AP, die können wir herausfinden durch AP gleich OP minus OA. Die Koordinate des Vektors AP ist also die des Vektors OP, das heißt die von P, minus die des Vektors OA, das heißt die von A. Die Koordinate von AP, das ist also X minus A1, Y minus A2, Z minus A3. Und wir rechnen jetzt dieses Skalarprodukt anhand der Koordinate. In einem orthonormierten Bezugssystem klappt das schön und das Skalarprodukt wird berechnet durch Absisse mal Absisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Also so. Dieses A werden wir hier verteilen und schreiben A mal X minus A mal A1. B wird aufverteilt, B mal Y minus B mal A2 und dann noch C mal Z minus C mal A3. So. Die Terme mit X, Y und Z, die wurden nach vorne geschrieben. Die drei anderen Terme sind alle mit einem Minus versehen. Wir schreiben sie alle nach hinten und klammern das Minus aus. Wenn wir jetzt hier eine Zahl addieren und sie innerhalb der Klammer auch addieren, dann haben wir nichts geändert wegen diesem Minus vor der Klammer. Wenn wir also hier 5 addieren und da auch 5 addieren, dann haben wir im Endeffekt was gemacht? Plus 5 minus 5, also nichts. Wir werden aber hier nicht 5 addieren, sondern wir werden diese Zahl D aus der kartesischen Gleichung von Alpha addieren. So. Wir haben hier D addiert und da auch und somit haben wir diesen algebraischen Ausdruck nicht verändert. Aber AX plus BY plus CZ plus D, das ist 0, weil der Punkt B zu Alpha gehört. Und das, was hier zwischen Klammern steht, das ist auch 0, weil der Punkt A zu Alpha gehört. Also steht hier 0 minus 0, das heißt 0. Das Skalarprodukt vom Vektor AP mit diesem Vektor N ist also gleich 0. Das bedeutet, dass AP orthogonal zu N ist und da das für einen beliebigen Punkt P in dieser Ebene Alpha funktioniert, muss dieser Vektor N automatisch normal zu dieser Ebene Alpha sein. So. Was zu beweisen war. Jetzt kommen wir zu der Geraden im dreidimensionalen Raum. Eine Gerade D wird angegeben durch zwei Punkte A und B oder auch durch einen Punkt A und einen Richtungsvektor. Das kommt auch hier als selbe hinaus, denn wenn man zwei Punkte A und B der Geraden hat, dann hat man automatisch auch einen Punkt und einen Richtungsvektor AB. Also können wir hier allgemein starten mit dieser Idee. Die Gerade D wird angegeben durch einen Punkt und einen Richtungsvektor. Was wir machen möchten, ist einen beliebigen Punkt P dieser Geraden beschreiben. Aber solch ein Punkt P gehört zur Geraden D dann und genau dann, wenn der Vektor AP ein Vielfaches vom Richtungsvektor U ist. Da schreiben wir schon mal hin. Ein Punkt P gehört zu dieser Geraden D dann und genau dann, wenn es eine reelle Zahl Lambda gibt, so dass der Vektor AP Lambda mal U ist. Somit haben wir schon einen beliebigen Punkt P dieser Geraden klein D beschrieben anhand von Vektoren. Deshalb nennt man das eine vektorielle Gleichung dieser Geraden D. Wir möchten aber jetzt wieder übergehen zu Koordinaten. Also schalten wir hier Achsen ein. Wir beschriften sie auch schön und nennen den Ursprung U. Nehmen wir an, der Punkt A sei angegeben durch seine Koordinate A1, A2, A3 und der Vektor U durch seine Koordinate U1, U2, U3. Wir starten jetzt von dieser vektoriellen Gleichung und möchten von da aus übergehen zu den Koordinaten. Dann brauchen wir aber Ortsvektoren. U ist ein Ortsvektor, weil er ja durch seine Koordinate angegeben wird. AP aber nicht. Also zerlegen wir AP in OP minus OA durch die Formel von Schal. Und jetzt enthält die vektorielle Gleichung nur noch Ortsvektoren. Also dürfen wir das umschreiben mit Koordinaten. Die von OP, das ist x, y, z. Dann kommt das Minus in allen drei Gleichungen. So. Jetzt folgt die Koordinate von OA. Das ist die von A, also diese da. Dann kommt gleich Lambda mal in allen drei Gleichungen. So. Dann kommt die Koordinate von U. Das heißt U1, U2, U3. Somit haben wir die Koordinate x, y, z eines beliebigen Punktes P dieser Geraden D beschrieben, anhand von einem Parameter. Das nennt man parametrische Gleichungen dieser Geraden D. Und jetzt gilt es noch, den Parameter Lambda zu eliminieren. Das geht hier sehr leicht. Denn die erste Gleichung ergibt, dass Lambda gleich ist zu x minus A1 geteilt durch U1. Die zweite Gleichung ergibt, Lambda ist y minus A2 geteilt durch U2. Und die dritte Gleichung ergibt, dass Lambda gleich ist zu z minus A3 geteilt durch U3. Da diese drei gerade genannten Brüche alle drei gleich Lambda sind, müssen sie gleich sein. Und somit ist der Parameter Lambda weg. Und wir sehen, dass wir für eine Gerade D nicht eine kartesische Gleichung erhalten, sondern zwei. Hier steht, erster Bruch ist gleich zum zweiten, das ist eine Gleichung. Der zweite Bruch ist gleich zum dritten, das ist eine zweite Gleichung. Dass der erste Bruch dann auch gleich zum dritten sein muss, das ist keine zusätzliche Gleichung, sondern eine direkte Konsequenz der zwei ersten. Also wird eine Gerade im 3D-Raum anhand von zwei kartesischen Gleichungen ausgedrückt. Aber Vorsicht! Es könnte doch sein, dass die Abscisse vom Richtungsvektor U gleich 0 ist. Und wenn U1 0 ist, dann haben wir hier durch 0 geteilt, was man nicht darf. Analysieren wir, was wäre denn, wenn U1 0 wäre. Wenn U1 0 wäre, dann stünde hier in dieser ersten parametrischen Gleichung, dass X-A1 dasselbe ist wie Lambda mal 0, also 0. Was also bedeutet, wenn U1 0 ist, dann muss durch diese Gleichung X-A1 gleich 0 sein. Das können wir hier also deuten und sagen, wenn diese Zahl U1 0 wäre, dann müsste X-A1 0 sein. Und deshalb haben die Mathematiker hier ein Abkommen geschlossen und sagen, falls ein Nenner in diesen zwei Gleichungen gleich 0 ist, ist daraus zu verstehen, dass der Zähler gleich 0 sein muss. Also für einmal erlaubt der Mathematiker sich, durch 0 zu teilen, worunter hier aber zu verstehen ist, dass er nicht durch 0 teilen darf, sondern wenn ein Nenner 0 ist, ist daraus zu schließen, dass der Zähler 0 sein muss. Jetzt schauen wir uns diese Gleichungen noch etwas näher an. Die erste Gleichung ergibt durch kreuzweise Multiplizieren eine Zahl mal X plus eine Zahl mal Y plus eine Zahl gleich 0. Das ist die kartesische Gleichung einer Ebene. Die zweite Gleichung wieder durch kreuzweise Multiplizieren, das ergibt eine Zahl mal Y plus eine Zahl mal Z plus eine Zahl gleich 0. Auch das ist die kartesische Gleichung einer Ebene. Eine Gerade im 3D-Raum wird also beschrieben durch den Schnitt von zwei Ebenen. Halten wir diese Idee fest, eine Gerade wird im 3D-Raum kartesisch beschrieben als Schnittmenge von zwei Ebenen. Nehmen wir einmal an, die erste Gleichung wäre die kartesische Gleichung von dieser Ebene Alpha. Nehmen wir auch an, die zweite Gleichung wäre die kartesische Gleichung von dieser Ebene Beta. Da beide Gleichungen gleichzeitig erfüllt sein müssen für diese Gerade D, bedeutet das automatisch, dass alle Punkte von D diese zwei Gleichungen von Alpha und von Beta gleichzeitig erfüllen müssen. Also wird die Gerade D hier beschrieben als Schnitt von diesen zwei Ebenen Alpha und Beta. Aber eine Gerade kann so als Schnitt von zwei Ebenen bestimmt werden, aber diese Ebenen können dann auch andere sein als diese zwei. Man könnte zum Beispiel die Ebene Alpha um D drehen und so erhalten wir lauter Ebenen Alpha, die genau dieselbe Eigenschaft haben. Das heißt, auch durch diese Ebene Alpha kann diese Gerade beschrieben werden. Dasselbe für Beta. Wir können auch Beta drehen. Es gibt also sehr viele Ebenen, deren Schnitt diese Gerade D ist. Übrigens auch hier wieder, durch GeoGebra, können wir das Ganze im 3D-Raum sehr schön beobachten. Kommen wir jetzt zu einem konkreten Beispiel. Der Raum ist mit einem Bezugssystem OIJK versehen. Bestimme eine vektorielle Gleichung, parametrische Gleichungen und kartesische Gleichungen der Geraden D, die diesen Punkt A enthält und die diesen Vektor U als Richtungsvektor hat. Wir starten sofort von der vektoriellen Gleichung AP gleich Lambda mal U und möchten jetzt übergehen zu den Koordinaten. Dazu brauchen wir Ortsvektoren. Der Vektor U ist ein Ortsvektor, er wird ja anhand seiner Koordinate angegeben, der Vektor AP aber nicht. Deshalb zerlegen wir diesen Vektor AP in OP minus OA durch die Formel von Schal, wo O der Ursprung vom Bezugssystem ist. Somit haben wir eine vektorielle Gleichung der Geraden D, die nur noch Ortsvektoren enthält, also dürfen wir die genau so umschreiben mit Koordinaten. Die Koordinate von OP, das ist die vom beliebigen Punkt P der Geraden D, also die Koordinate ist XYZ. Dann schreiben wir dreimal das Minus untereinander. Jetzt folgt die Koordinate von OA, das ist die Koordinate von A, also 2, 1, 0, hier eben vertikal geschrieben. Jetzt folgt gleich Lambda mal in allen drei Gleichungen, ist gemacht. Und jetzt folgt noch die Koordinate von U, minus 1, 0, 3, vertikal geschrieben. Und somit haben wir drei parametrische Gleichungen dieser Geraden, die wir noch ein bisschen einfacher schreiben können. Wir sehen hier sofort, dass die zweite Gleichung gar keinen Parameter mehr enthält, also ist das schon eine kartesische. In der ersten Gleichung könnten wir zum Beispiel bestimmen, dass Lambda dasselbe ist wie 2, minus x und in der dritten Gleichung Lambda ersetzen durch 2, minus x. Damit man später noch schön nachlesen kann, welche Überlegungen man gemacht hat, ist es ideal, die Gleichungen zu nummerieren und diese Überlegung anhand dieser Nummern hinschreiben. Erste Gleichung ergibt, dass Lambda 2, minus x ist. Wenn wir die kombinieren mit der dritten, dann finden wir, dass 3x plus z, minus 6, gleich 0 ist. Und da die zweite Gleichung ja gar keine Parameter enthält, ergeben diese beiden zusammen sofort zwei kartesische Gleichungen dieser Geraden d. Wenn nur kartesische gefragt werden, dann kann man natürlich von dieser allgemeinen Formel ausgehen, man bereitet das schon mal so vor, x minus auf ist y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen schreibt man die Koordinate vom Punkt A, also 2, 1, 0, so. Und als Nenner schreibt man einfach die Koordinate vom Richtungsvektor U, also minus 1, 0, 3, minus 1, 0, 3. Aber hier ist ein Nenner gleich 0. Jetzt kommen wir zum Abkommen der Mathematiker. Wenn bei diesen Gleichungen ein Nenner 0 ist, dann ist darunter zu verstehen, dass der Zähler 0 sein muss. Also Vorsicht, auch hier bei der Division durch 0. Der Zähler muss 0 sein, das bedeutet, dass y 1 sein muss. Somit haben wir schon mal eine kartesische Gleichung. Und dieser erste Bruch ist gleich zu dem dritten Bruch. Das führt dann sofort zu dieser zweiten kartesischen Gleichung der Geraden d. Kommen wir jetzt zu Lagebeziehungen im 3D-Raum. Zuerst die Parallelität. Zwei Geraden sind parallel zueinander, dann und genau dann, wenn zwei jeweilige Richtungsvektoren kolinear sind. Das heißt, ein Richtungsvektor der einen Geraden ist Vielfaches von einem Richtungsvektor der anderen Geraden. Schreiben wir es hin, eine Gerade d1 ist parallel, zu einer Geraden d2, dann und genau dann, wenn es eine reelle Zahl k gibt, sodass ein Richtungsvektor von d2, hier u2 genannt, k mal ein Richtungsvektor von d1 ist, hier u1 genannt. Das lernt man nicht auswendig, das liest man einfach in einer Zeichnung ab. Parallelität zwischen Gerade und Ebene. Diese Gerade d ist parallel zu dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn ein Richtungsvektor von d orthogonal zu einem Normalvektor von Alpha ist. Es ist zu überprüfen, ob das Skalachprodukt dieser beiden Vektoren Null ist. Was also heißt, d ist parallel zu Alpha, dann und genau dann, wenn ein Richtungsvektor von d Skalach ein Normalvektor von Alpha Null ergibt. Auch das lesen wir in der Zeichnung ab. Das war gerade, gerade. Hier gerade Ebene, jetzt folgt Ebene, Ebene. Eine Ebene Alpha 1 ist parallel zu einer Ebene Alpha 2. Dann und genau dann, wenn zwei jeweilige Normalvektoren N1 und N2 kolinear sind. Das bedeutet, dass der eine ein Vielfaches von dem anderen sein muss. Auch das lernt man nicht auswendig, das schaut man in einem Schema. Jetzt kommen wir zur Orthomonalität. In der selben Reihenfolge, gerade, 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 Ebene, Ebene, Ebene. Zuerst gerade, gerade. Dazu komme ich aber etwas näher. Im dreidimensionalen Raum können zwei Geraden orthogonal zueinander sein und sich gleichzeitig schneiden. Dann sagt man auch, sie seien senkrecht zueinander. Im 3D-Raum können zwei Geraden, aber auch orthogonal zueinander sein und gleichzeitig windschief, sodass sie sich nicht schneiden. Hier sagt man nicht, sie seien senkrecht zueinander. Hier sagt man nur, sie seien orthogonal zueinander. So, ich ziehe mich jetzt wieder in meine obere Ecke zurück und mache von da aus weiter. Hier können wir also schreiben, d1 ist orthogonal zu d2, dann und genau dann, wenn ein Richtungsvektor von d1 orthogonal zu einem Richtungsvektor von d2 ist. Und diese Orthogonalität der zwei Vektoren ist zu überprüfen anhand des Skalarprodukts, dass ja 0 ergeben muss. Also, d1 ist orthogonal zu d2, dann und genau dann, wenn das Skalarprodukt von zwei jeweiligen Richtungsvektoren dieser zwei Geraden 0 ergibt. Jetzt kommt gerade Ebene. Diese Gerade d ist orthogonal zu dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn ein Richtungsvektor von d kolinear zu einem Normalvektor von Alpha ist. Und diese Kolinearität ist zu überprüfen anhand, dieser Vektor n ist ein Vielfaches von u. Was also heißt, d ist orthogonal zu Alpha, dann und genau dann, wenn es eine reelle Zahl k gibt, sodass der Normalvektor n k mal Richtungsvektor u ist. Jetzt Ebene, Ebene. Diese Ebene Alpha 1 ist orthogonal zu dieser Ebene Alpha 2, dann und genau dann, wenn ein Normalvektor von Alpha 1 Skalarp ein Normalvektor von Alpha 2 0 ergibt. Diese Formel hier lernen wir nicht auswendig. So etwas sieht man in einer Zeichnung. Es reicht also, so ein Schema zu zeichnen und somit erkennen wir diese Bedingungen in der Zeichnung. Okay, kommen wir jetzt zu Schnittwinkeln. Wieder dieselbe Reihenfolge. Gerade, gerade, gerade Ebene, Ebene, Ebene. Zuerst gerade, gerade. Zwei sich schneidende Geraden bilden eigentlich zwei Winkel. Einen spitzen und einen stumpfen. Wir nehmen den Schnittpunkt als Ursprungspunkt von zwei jeweiligen Richtungsvektoren, rechnen das Skalarprodukt dieser beiden Richtungsvektoren und teilen dieses Skalarprodukt durch die Längen dieser beiden Vektoren beziehungsweise durch das Produkt dieser Längen. Und so finden wir den Kosinus von diesem Winkel Gamma. Denn das Skalarprodukt von den Vektoren ist ja definiert als die Länge von dem Ersten mal die Länge von dem Zweiten mal Kosinus des Winkels, den sie bilden. Und darauf schließen wir, dass der Kosinus von Gamma gleich sein muss zum Skalarprodukt geteilt durch das Produkt der zwei Längen der jeweiligen Richtungsvektoren. Hier ist immer der spitze Winkel gemein. Also wenn man von dem Winkel zwischen zwei Geraden spricht, dann ist immer der spitze gemein. Wenn man den Spitzen gefunden hat, kann man den stumpfen sowieso schnell als Supplementwinkel bestimmen. Jetzt gerade Ebene. Das ist ein ganz bisschen komplizierter. Wir haben am Anfang diese Gerade D und diese Ebene Alpha. Diese Gerade D sticht an diesem Punkt in Alpha ein. An diesem Punkt konstruieren wir zuerst einen Richtungsvektor U von der Gerade D und einen Normalvektor zur Ebene Alpha. Diese beiden Fektoren U und N bestimmen diese Ebene hier. Und diese Ebene, die hat mit der Ebene Alpha einen Schnittpunkt, den Einstiegspunkt von D in Alpha. Und wenn zwei Ebenen einen gemeinsamen Punkt haben, dann haben sie eine gemeinsame Gerade. Diese zwei Ebenen haben also eine Schnittgerade. Und der Winkel, den diese Gerade D mit dieser Ebene Alpha bildet, das ist dieser Winkel, den die Gerade D mit dieser Schnittgerade bildet und das in dieser Ebene. Also gemeint ist dieser Winkel Gamma. Man kann durch das Skalarprodukt von U und N diesen Winkel zwischen U und N bestimmen. Und dieser Winkel zwischen U und N, das ist Pi halbe, 90 Grad, minus dieser Winkel Gamma. Also halten wir hier schnell fest, der Cosinus von diesem Winkel, also von Pi halbe, minus Gamma, das ist das Skalarprodukt vom Richtungsvektor U von D und vom Normalvektor N von Alpha, geteilt durch das Produkt ihrer Längen. Hier ist wieder der spitze Winkel Gamma gemeint. Aber im trigonometrischen Kreis sehen wir, dass der Cosinus von Pi halbe, minus Gamma genau dasselbe ist wie Sinus von Gamma. Also finden wir hier, seltsamerweise, Sinus von Gamma ist gleich zum Skalarprodukt, geteilt durch das Produkt der zwei Längen. Jetzt noch Ebene, Ebene. Wir haben hier eine Ebene Alpha 1 mit einem Normalvektor N1. Und hier ist eine Ebene Alpha 2 mit einem Normalvektor N2. Der Winkel zwischen Alpha 1 und Alpha 2, das ist dieser Winkel da. Und dieser Winkel, das ist genau der Winkel, den diese zwei Normalvektoren bilden. In dieser Perspektivenzeichnung ist das nicht ganz so einfach zu erkennen, aber wenn man sich die Zeichnung so von vorne anschaut, dann sieht man diese Situation, dann sieht man praktisch hier nur noch einen Rand von Alpha 1, was eigentlich gar nichts bedeutet, denn eine Ebene hat gar keinen Rand. Aber dann sagen wir eben, wir sehen hier den Rand von diesem Ebenenmodell und dasselbe für Alpha 2. Hier ist der Vektor N1, der normal ist zu Alpha 1 und hier ist der Vektor N2, der normal ist zu Alpha 2. Jetzt ist es sehr leicht zu erkennen, dass dieser Winkel Gamma zwischen diesen zwei Ebenen nichts anders ist, als dieser Winkel Gamma zwischen den zwei Normalvektoren. Und dieser Winkel Gamma kann wieder durchs Skalarprodukt bestimmt werden. Der Kosinus von diesem Winkel Gamma, das ist das Skalarprodukt von N1 und N2, geteilt durch das Produkt ihrer Normen, ihrer Lämmen. Auch diese Formeln lernt man nicht auswendig, sondern es ist viel besser, sich solch eine Skizze vorzustellen und in dieser Skizze die Formel ganz einfach abzulesen. Wir kommen jetzt zur Berechnung von Distanzen im Raum, wenn dieser Raum mit einem orthonormierten Bezugssystem versehen ist. Zuerst Distanz zwischen zwei Punkten. In diesem orthonormierten Bezugssystem werden also zwei Punkte A und B angegeben anhand ihrer Koordinaten. Um den Abstand zwischen A und B zu berechnen, brauchen wir eigentlich nur die Norm vom Vektor AB zu bestimmen. Der Vektor AB ist aber kein Ortsvektor. Also zerlegen wir den zuerst anhand der Formel von Schal in eine Differenz von zwei Ortsvektoren und somit wissen wir, dass die Koordinate von AB die von B minus die von A ist. So haben wir die Koordinate von dem Vektor und um die Norm eines solchen Vektors zu berechnen, rechnet man die Quadratwurzel von der Absisse im Quadrat plus Ordinator im Quadrat plus Lot im Quadrat. Und somit haben wir sofort die Distanzformel zwischen zwei Punkten gefunden. Halten wir sie fest. Jetzt kommen wir zu Distanz zwischen einem Punkt und einer Gerade. In diesem orthonormierten Bezugssystem sind also angegeben ein Punkt P anhand seiner Koordinate P1, P2, P3 und eine Gerade D anhand eines Punktes nennen wir ihn D und anhand eines Richtungsvektors den nennen wir hier W. Was wir suchen ist der Abstand zwischen diesem Punkt und dieser Gerade D. von P aus ziehen wir also die Strecke im rechten Winkel zu D. Ich drehe das Ganze hier mal schön im 3D-Raum damit wir deutlich erkennen welcher Abstand gemeint ist. Es ist dieser grüne Abstand von P bis zur geraden D hin. Um diesen Abstand zu bestimmen gehen wir wie folgt vor. Das ist der Anfangspunkt von diesem Richtungsvektor W nennen wir seinen Endpunkt mal Q. Und jetzt betrachten wir das Dreieck D, P, Q dieses Dreieck da. Wir werden den Flächeninhalt von diesem Dreieck auf zwei verschiedene Arten berechnen. Zuerst konstruieren wir den Vektor D, P und rechnen jetzt das Vektorprodukt Vektorprodukt von diesem Vektor D, P mit diesem Vektor W. Von diesem Vektorprodukt berechnen wir die Norm und wir wissen, dass die Norm von dem Vektorprodukt gleich ist zum Flächeninhalt des Parallelogramms, das dieser Vektor D, P und dieser Vektor W bestimmen. Und der Flächeninhalt von diesem Dreieck D, P, Q ist genau die Hälfte vom Flächeninhalt dieses Parallelogramms. Also ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck D, P, Q die Norm von D, P Vektor W geteilt durch 2. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck kann aber auch wie üblich gerechnet werden durch Basis D, Q mal diese Höhe, diese grüne Distanz, die wir eigentlich suchen. Nochmal, der Flächeninhalt von diesem Dreieck, das ist die Basis, also der Abstand zwischen D und Q oder auch die Länge des Richtungsvektors W, mal diese Höhe. Ich drehe diese Zeichnung jetzt nochmal, damit wir schön erkennen, dass die grüne Distanz, die wir eigentlich suchen, effektiv die Höhe von diesem Dreieck, D, P, Q ist. Wir stoppen das Ganze wieder. Dieser Abstand ist effektiv die Höhe von diesem Dreieck mit der Basis klein W. Also Flächeninhalt von diesem Dreieck, das ist auch W, Basis, mal Distanz zwischen P und D, das ist die Höhe, geteilt durch 2. Da dieser Bruch gleich zum Flächeninhalt von diesem Dreieck da ist und dieser Bruch ebenfalls gleich zum Flächeninhalt von diesem Dreieck ist, müssen diese zwei Brüche gleich sein. Diese Gleichheit multiplizieren wir sofort mit 2. Daraus schließen wir, dass diese zwei Zähler gleich sein müssen. und dann setzen wir W noch hier als Teil auch unter diese Norm und haben somit bestimmt, dass der Abstand zwischen dem Punkt P und dieser Gerade D, also dieser grüne Abstand, nichts anders ist, als die Norm vom Vektor DP vektoriell W geteilt durch die Länge dieses Vektors W. Und diese Länge kann man zwischen diese Normstriche setzen und dann unter W, das heißt, wir teilen einfach den Vektor W durch seine Norm. Wenn man einen Vektor durch seine Norm teilt, sagt man, man habe ihn normiert. Denn wenn man einen Vektor durch seine Länge teilt, dann erhält man einen Einheitsvektor. Also können wir hier als Formel festhalten, dass die Distanz zwischen einem Punkt und einer Geraden im 3D-Raum so bestimmt wird. Um also den Abstand zwischen einem Punkt und einer Geraden im 3D-Raum zu bestimmen, nimmt man irgendeinen Punkt D dieser Geraden und multipliziert den Vektor DP vektoriell mit dem Richtungsvektor der Geraden D und teilt das Ganze durch die Länge dieses Richtungsvektors. Jetzt kommen wir zur Distanz zwischen einem Punkt und einer Ebene. Wieder in einem orthonormierten Bezugssystem. Angegeben werden hier ein Punkt P mit Koordinaten P1, P2, P3 und eine Ebene Alpha. Diese Ebene Alpha, die wird entweder angegeben durch einen Punkt und zwei Richtungsvektoren oder sie wird angegeben durch einen Punkt und einen Normalvektor. Gehen wir hier von dieser Situation aus. Jetzt konstruieren wir die Gerade, die durch P verläuft und die N als Richtungsvektor hat und bestimmen dann den Schnittpunkt dieser Geraden mit dieser Ebene Alpha. So erhalten wir diese Strecke P S. Was hier gefragt wird, ist die Länge von dieser Strecke P S. Also sagen wir, die Distanz zwischen dem Punkt P und der Ebene Alpha, das ist der Abstand zwischen P und S. Jetzt machen wir folgende Konstruktion. Zuerst einmal verbinden wir S mit A und wir wissen, dass diese Strecke S A senkrecht zu dieser Strecke P S ist. Denn N ist ja Normalvektor dieser Ebene Alpha. Jetzt konstruieren wir durch diesen Punkt P die Parallele zu dieser Strecke S A und durch diesen Punkt A konstruieren wir die Parallele zu dieser Strecke P S. Durch diese Konstruktionen erhalten wir hier diesen Punkt, den wir H nennen. Ich drehe das Ganze nochmal, damit man schön sieht, was wir hier eigentlich machen. ist der Abstand zwischen P und S. Durch diese Parallele Geraden, die gerade konstruiert wurden, wissen wir, dass das Viereck S A H P ein Parallelogramm ist. Und deshalb ist der Abstand zwischen P und S genau derselbe wie der zwischen A und H. Das halten wir hier schon mal fest. Der Abstand PS, den wir suchen, das ist der Abstand zwischen A und H. Jetzt konstruieren wir noch den Vektor AP und rechnen jetzt das Skalarprodukt vom Vektor AP mit diesem Vektor N. Wir rechnen dieses Skalarprodukt. AP Skalarp N das ist genau dasselbe wie AH Skalarp N denn die orthogonale Projektion vom Vektor AP auf diesen Vektor N das ist der Vektor AH also ist AP Skalarp N genau dasselbe wie Vektor AH Skalarp N und AH Skalarp N das ist die Länge vom ersten Vektor also dieser Abstand AH mal die Länge des zweiten Vektors also klein N mal Cosinus des Winkels den die beiden bilden sie bilden hier den Winkel 0 Grad also ist dieses Skalarprodukt gleich zu AH mal N wenn wir dann in dieser doppelten Gleichheit noch alles durch N teilen wir wissen dass wir das dürfen denn N ist ja ein Normalfektor der ist also nicht gleich 0 Vektor deshalb dürfen wir hier alles durch N teilen und finden somit dass dieses Skalarprodukt geteilt durch N die gesuchte Länge AH ist hier machen wir genau wie eben dieses N dürfen wir unter den Vektor N setzen so bedeutet das dass dieser Normalvektor N geteilt wird durch seine Länge und somit haben wir da einen Einheitsvektor also um diese Distanz AH zu rechnen brauchen wir einfach nur AP Skalar zu multiplizieren mit dem Normalvektor N geteilt durch seine Länge das halten wir hier schon mal fest aber Vorsicht wir müssen hier Betragsstriche hinsetzen warum weil es könnte sein dass der Normalvektor N gar nicht wie hier nach oben zeigt sondern dass der nach unten zeigt das könnte ja vorkommen und das Skalarprodukt von AP und diesem Vektor N wäre dann negativ es wäre genau die entgegengesetzte Zahl von dieser da deshalb müssen wir hier Betragsstriche setzen somit halten wir also hier als Formel fest um den Abstand zwischen einem Punkt P und einer Ebene Alpha zu berechnen nehmen wir einfach einen Punkt A in der Ebene Alpha und rechnen das Skalarprodukt von AP mit dem Normalvektor N und teilen das Ganze durch die Länge dieses Normalvektors N ich halte jetzt aus der Zeichnung Verschiedenes weg was wir nicht mehr brauchen so jetzt schalte ich hier nochmal die zwei Anfangspunkte A und B ein deren Distanz oder deren Abstand wir durch diese Formel bestimmt haben jetzt schalte ich auch nochmal diese Gerade D ein wir haben auch den Abstand zwischen dem Punkt P und dieser Gerade D bestimmt das ist dieser Abstand da diese drei grüne Abstände sind durch diese drei Formel hier zu berechnen und jetzt lasse ich das Ganze wieder schön drehen im 3D Raum und wir sehen sehr schön was wir bisher gemacht haben so jetzt kommen wir P und dieser Ebene Alpha zurück alles andere schalte ich jetzt wieder weg so ok wir brauchen den Abstand zwischen P und Alpha also diesen grünen Abstand hier das Ganze befindet sich in einem orthonormierten Bezugssystem wenn diese Ebene Alpha in diesem orthonormierten Bezugssystem diese kartesische Gleichung hat dann wissen wir dann können wir als Normalvektor den Vektor nehmen der ABC als Koordinate hat A ist die Vorzahl von X in der Gleichung von Alpha B ist die Vorzahl von Y und C ist die Vorzahl von Z diese Formel hier besagt um den Abstand zwischen dem Punkt P und dieser Ebene Alpha zu bestimmen reicht es den Betrag von diesem Skalarprodukt zu rechnen also rechnen wir den Betrag vom Skalarprodukt von diesem Vektor AP dessen Koordinate die von P minus die von A ist also P1 minus A1 P2 minus A2 P3 minus A3 Skalar Koordinate vom Vektor N das ist die Koordinate ABC und diese Koordinate wird noch multipliziert mit der Zahl 1 geteilt durch N also 1 geteilt durch Quadratwurzel von A2 plus B2 plus C2 denn diese Quadratwurzel ist genau die Norm von diesem Vektor diesen Bruch dürfen wir jetzt nach vorne setzen und sogar aus den Betragsstrichen heraussetzen und zwischen den Betragsstrichen bleibt dann noch dieser Vektor Skalar dieser Vektor da wir hier in einem orthonormierten Bezugssystem arbeiten können wir dieses Skalar Produkt berechnen durch Absisse mal Absisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot dann tun wir das Ganze auch und so finden wir 1 geteilt durch die Quadratwurzel mal zwischen Betragsstrichen steht jetzt Absisse mal Absisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot so jetzt verteilen wir hier a hier verteilen wir b und hier verteilen wir c dann ergibt das a mal p1 minus a mal a1 plus b mal p2 minus b mal a2 plus c mal p3 minus c mal a3 also so die Terme mit p1 p2 und p3 haben wir nach vorne gesetzt und die Terme mit minus a1 minus a2 und minus a3 nach hinten und hinten haben wir das minus ausgeklammert somit finden wir also dass der Abstand zwischen p und alpha gleich zu diesem hoch ist jetzt machen wir etwas cleveres wir werden hier eine zahl addieren und zwischen klammern auch addieren dann haben wir nichts gemacht nehmen wir an wir addieren hier 5 und zwischen klammern addieren wir auch 5 dann steht da 5 minus 5 also 0 wir haben nichts gemacht wir werden aber hier nicht die zahl 5 addieren sondern wir werden diese zahl d aus der kartesischen gleichung von alpha da und da addieren ist gemacht und wir haben diesen bruch so nicht geändert hier zwischen klammern da steht a a 1 plus b a 2 plus c a 3 plus d aber der punkt a das ist ein Punkt von dieser Ebene alpha also muss seine Koordinate die kartesische gleichung von alpha erfüllen also gilt a mal a 1 plus b mal a 2 plus c mal a 3 plus d das muss 0 sein und diese summe ist genau das was hier zwischen klammern steht deshalb hatten wir hier d addiert und da auch damit diese klammer hier 0 ergibt was bleibt letztendlich noch übrig betrag von a p 1 plus b b 2 plus c p 3 plus d geteilt durch diese quadratwurzel also bleibt nur noch übrig der abstand zwischen p und alpha der kann genau so berechnet werden hier waren angegeben die Ebene alpha mit ihrer kartesischen gleichung und der punkt p mit seiner koordinate um also den abstand zwischen diesem punkt p und dieser ebene alpha mit dieser kartesischen gleichung zu berechnen macht man einfach folgendes bruchstrich betrag geteilt durch quadratwurzel unter der wurzel steht a quadrat plus b quadrat plus c quadrat und zwischen den betragstrichen steht der linke teil der kartesischen gleichung von alpha indem man die abschisse x durch die abschisse p 1 vom punkt p ersetzt indem man die ordinate y durch die ordinate p2 vom punkt p ersetzt und indem man das lot z durch das lot p3 vom punkt p ersetzt so erhalten wir also eine sehr einfache formel zur abstandsbestimmung zwischen einem punkt und einer ebene mit angegebener kartesischen gleichung aber solch eine formel hatten wir auch damals schon in der ebene wir erinnern uns wenn in der ebene eine gerade d angegeben wird durch ihre kartesische gleichung ax plus by plus c gleich 0 und ein punkt p wird angegeben durch seine koordinate p1 p2 so hatten wir damals bewiesen dass man den abstand zwischen diesem punkt p und dieser geraden d genau auf dieselbe art bestimmen kann wie hier den abstand zwischen dem punkt p und der ebene alpha letztendlich kommen wir nochmal zurück auf unsere einleitungs aufgabe dazu komme ich aber wieder etwas näher wir versetzen diese reale situation in eine mathematische situation indem wir sagen die zwei dachflächen das sind zwei ebenen im raum und indem wir ein orthonormiertes bezugssystem wählen jetzt sind wir in einer situation die pur mathematisch ist und wir sollen diesen winkel zwischen den zwei ebenen bestimmen es ist offensichtlich dass dieser winkel ein stumpfer winkel ist ich habe hier so ein kleines modell vorbereitet das ist eine ebene hier ist eine zweite ebene und ich werde die zweite so anheben so dass die zwei ebenen einen stumpfen winkel bilden genauso wie bei den dachflächen aber wenn zwei ebenen einen stumpfen winkel bilden dann bilden die jeweiligen normal vektoren einen spitzen winkel und durch das skalarprodukt finden wir also einen spitzen winkel das heißt wir finden dann diesen winkel hier zwischen den zwei ebenen wir müssen also jetzt zurückkehren zu unserer reellen situation der zwei dachflächen das heißt wir müssen von 180 grad diesen gefundenen spitzen winkel abziehen um den gesuchten stumpfen winkel zu erhalten und genau das ist der letzte schritt des modellierens aus der mathematischen situation kehren wir jetzt zurück zur reellen situation und genau das macht man sehr häufig in der mathematik man hat ein reelles problem durch durch mathematisches modellieren versetzt man sich in eine mathematische situation bearbeitet dieses problem dann dort mathematisch und der letzte schritt ist dann rückkehr zur realität ich habe hier so ein kleines menschen und finde dass dieses menschen das sehr schön darstellt wir haben zuerst eine reelle situation ich mache das mal so diese reelle situation wird dann in eine mathematische situation versetzt dort können die mathematiker wie üblich arbeiten und ganz zum schluss kehren sie mit ihren ergebnissen zurück in die reelle situation das nennt man mathematisches modellieren wir haben die analytische euclidische raumgeometrie gründlich durchgenommen und sind jetzt fähig sämtliche aufgaben im 3d raum zu lösen